Quitschibu und die beste Community auf YouTube. Ich bin Quitschi, Prinz von YouTube und das ist mein furchtloser Freund, Quitschi Jr. Wundersame Mächte ereilt mich eines Tages, als ich mein Schwert in die Luft hielt und rief bei der Macht von Greyskull. Ich wurde zu Quitschibu und gemeinsam mit meinem treuen Begleiter durchforste ich den Play Store nach neuen Spielen, um die euch in den geilsten YouTube Videos überhaupt vorstellen zu können. Ich gucke mal in die Kiste. Wo? Was ist da drin? Glas, hier, Tränke und Seile. 84 würdest du sagen. 84. 84. Guck du doch mal in die Kiste. Ich habe es bei dir gerade gesehen. Wir haben also hier drin. Was haben wir hier drin? Gläser, Getränke und 84 Seile. Die könnten wir nehmen, denke ich. Warte, Tatteln und hier. Oh. Nimm eins. Nehmen. Ausräumen. Alle ausräumen. Ich möchte jetzt gerne ausräumen. Ach, wahrscheinlich ist es mir inventar voll. Ach, wieder mal. Es ist doch unfassbar. Immer ist es inventar voll. Oh, jetzt werde ich auch noch angegriffen. So. Gut, ich komme mal weiter rüber hier. Ich gebe dir mal einen Holzbummeraden. So, jetzt gehen wir hier runter. Ne, ne, Holzbummeraden brauche ich nicht. Ich nehme, ich habe schon eine Steuerwaffe. Da unten ist wieder ein Herz, was ich eigentlich nicht gebrauchen kann. Aber was soll der Geiz? Wenn ich da wirklich einen neuen Charakter mache, dann brauche ich das. Einen Geiz. Okay, Geisterwüstung. Eine blaue Blume. Da unten. Ist das nicht eine Herzblume? Warte, halt. Ne. War es nicht. Gibt es doch gar nicht. Da ist auch immer noch keine Herzblume, oder? Ich sehe die, ich erkenne die Herzblumen nicht mehr. Das sieht alles gleich aus hier. Da sind Blumen, Spatzel, ne, da sind Blumen, an denen wachsen Herzen vorne dran. Gelbe. Die müssen wir jetzt als nächstes einsammeln. Und da brauchen wir ganz paar von. Wö. Wö. Komm schon. Wo bitte? Der Handelsreisende ist eingetroffen. Was steht da unten? Adrian, der Handelsreisende ist eingetroffen. Was steht da unten? Stand da. Wie, du nimm mal vor, was da unten steht. Was steht da unten? Der Handelsreisende ist eingetroffen. Handelsreisende. Da habe ich mich doch fast versprochen. So. Warte, hier geht es lang. Oh, da ist ein grün eigener Herz. Ah, ich habe ein grün eigener Herz gefunden. Das ist nicht zu fassen. Hier müssen wir jetzt erst mal auffackeln. Ganz viele Fackeln müssen jetzt hier hin. Eins, zwei, drei. Ach, kommen wir drauf hier. Ganz viele. Ich habe ganz viele Fackeln. So mindestens zwanzig. Warte, 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 warte. Bleib mal, geh mal runter. Mach das nicht kaputt. Mach das nicht kaputt. Wir müssen jetzt, pass mal auf. Dieses Erz, ne, wächst in Schlamm rein. Das heißt, wir müssen Schlamm nehmen und Schlamm drum herum setzen. Das bedeutet, dass sie... Oder unten kommt was. Eine Schnecke oder irgendwas. Das sieht also so hier aus. Wir machen erst mal hier ein schönes, großes Schlammfeld. So, warte, ich mach das mal. Ich setz mal eben hier Schlamm hin. Oh, grün eigener Herz. Jawoll. So, pass auf. Da steht jetzt, Chantelle möchte sich hier lassen. Die hat wahrscheinlich noch... Wir brauchen also noch ein Haus. Ein weiteres. So. Ja. Und gehen das ja nicht kaputt. Jetzt gehen wir da rein. Ja. Jetzt gehen wir mal da rein. Pass auf, warte. Du bleibst mal schön hier draußen stehen. Kommen wir jetzt nicht in den Weg, warte. Ich hole jetzt hier ein bisschen von diesem grünen Erz. Drumherum mache ich erst mal diesen Schandprotz damit. Hier. Äh. Ich renne lieber raus hier. Nach dem Spinnen kommt. Ja. Ich hab natürlich keinen Platz mehr. Dann hau ich mal den Sand raus hier. Den brauchen wir jetzt gerade nämlich nicht. Oh. Hör doch jetzt auf. Warte. Da muss ich noch was wegkauen. Lehmblock. Komm. Auch noch weg. Und hier die verfluchten Flammen. So und jetzt aber. Genau. Grünalgen erst. Die Sachen, die ich wegschmeiße, könnte ich auch dir geben. Okay. Eins. Zwei. Hier liegt ein Herz. Hier liegt ein grünes Herz. Jawoll. Du hast ein grünes Herz gefunden. Genau das meine ich. Hervorragend. Hast du das gemacht? So und dieses breitet sich raus. Ein grünes Herz, wo drin gelbes ist. Ein grünes Herz, wo drin gelbes ist. Genau. Das ist genau super ist das. Kannst du genau abbauen. Ich baue gerade kurz eine kleine Farm hier unten hin. Okay. Und dann kannst du das hier abbauen und mitnehmen. Das kannst du auch selber abbauen und mitnehmen. Okay. Das kannst du nehmen einfach. Das kannst du ganz normal nehmen. Wie ein anderes Herz auch. Dafür muss ich aber was wegschmeißen. Ja, glaub mir, das ist gleich wichtiger für dich. Dann schmeiß lieber irgendwas. Aber zeig mir, was du vorher wegschmeißt. Die Samen. Ja, hau die Samen weg. Die Samen, das ist okay. Wir haben ein grünes Herz gefunden. Ich bin ja so begeistert. Auf mich. Hast du gut gemacht. Grünes Herz und ein Herz. Und ein Herz. Genau. Hervorragend. Gibt es nicht da rein, da sind Spinnen. Okay. Bei Spinnen finde ich meine Giftzähne, die ich gerne hätte für meinen Anzug. Das heißt, da gehen wir doch mal direkt. Wenn da Spinnen sind, bin ich da auch gleich. Dschungelkriecher. Dschungelkriecher. Okay, ich komme nicht rein. Die sind aber stark. Guck dir das mal an. Irgendwas schießt. Ach so, das ist der dumme Schleim, der hier unten schießt. So. Hier hole ich noch das Erz, aber das ist Platinerz. Das ist nicht mehr so. Ich rufe auch mal meinen kleinen Helfer. Der ist gut, das hast du gut gemacht. So. Das mache ich auch gleich mal. Du hast doch schon einen. Nee, nee, hat meinen noch nicht. Doch? Hatte ich nicht. Nee, nee. Hä? Guck mal. So. Hast du noch hier irgendwo so ein Herz gesehen? Was? Hast du noch hier irgendwo so ein Herz gesehen? Ich schau mal. Wenn ich eins sehe, sage ich dir Bescheid. Guck mal, komm hier rüber zu mir. Hier ist der nächste Dschungel. Wir gucken uns den ganzen Dschungel an. Wir brauchen so eine Herzen. Okay, also eine Herzblume haben wir schon gefunden. Hast du die auch gesammelt? Hast du die genommen, die Herzblume? Ja. Und hast du jetzt oben ein gelbes Herz? Oder? Ich helfe dir erst mal. Ja, guck ich hab's. Das musst du jetzt oben in dein Inventar legen und musst es nehmen. Aber komm erst mal aus dem Wasser raus. Sonst nimmst du das nämlich oben an Land. Jetzt legst du es in die Leiste oben und dann benutzt du das einfach mal. Ja, hab ich. Und hast du jetzt ein gelbes Herz hier oben? Nee. Äh. Noch nicht. Noch nicht. Eigentlich, wenn du jetzt ganz gesund bist, müsstest du rein theoretisch ein gelbes Herz haben. Da hast du doch ein gelbes Herz. Siehst du es nicht? Doch, sehe ich. Dass ich jetzt immer merke, dass es nicht aufhört. Oh, hier sind die nächsten Spinnen wieder. Heißt das, ich kann jetzt gut Schaden nehmen und nicht so viel verlässt werden von den Geistern? Genau. Du bist immerhin schon mal in der Lage jetzt ein bisschen mehr Schaden abzufangen. Und gesund zu bleiben. Packeln? Sind die alle weg? Nö. Ich setze hier auch mal ein paar Fackeln hin. Willst du auch ein paar Fackeln hinsetzen? Mach ruhig. Ja. 31 habe ich da vorne. Na dann setz ruhig, damit es schön hell ist. Jetzt haben wir jetzt eine kleine Herzhöhle. Jawohl. Jetzt stehen da oben zwei Fackeln und ich habe nur noch eine und ich habe nur noch 30. Ist aber gar kein Problem. Na dann ist doch gut, wenn es kein Problem ist. Alles easy. So, ich bin jetzt. Was steht jetzt da wieder? Klantel möchte sich immer noch niederlassen. Wir haben wahrscheinlich für Klantel kein Haus. Da müssen wir mal gucken, wer Klantel sein könnte. Nicht, dass es der Pilz ist. Damit der Pilz sich niederlassen kann, müssen wir nämlich was ganz spezielles bauen. Da müssen wir ein Biom bauen, oberhalb der Erde, was ein dunkles Biom trotzdem ist. Jemand hat hier geschossen auf mich. Mhm. Auf mich auch. Furchtbarstes. Fergelei. Komm, wir dürfen mal mitten hier runter in die Höhle. Warte. Ich bin auf dem Weg. Runter jetzt. Ich sehe da unten etwas Blaues. Siehst du das Blaue da? Warte, ich nehme jetzt mein Herz. Habe ich. Wo siehst du was Blaues? Da unten? Mhm. Achso, was ist das? Da ist Dämoniterz. Ist das Dämoniterz, glaube ich, nochmal, oder? Ja. Und hier, da ist auch Grünalgenerz. Das lassen wir mal schön wachsen hier. Machen wir auch ganz viele Fackeln hin. Wenn so viele Fackeln irgendwo sind, heißt das immer, da müssen wir nochmal hingehen später. Da gibt es irgendwas zu holen. Ja, da ist dieser grüne Punkt da drin. Der ist wichtig. Fackeln? Na, du siehst doch die ganzen Fackeln hier jetzt, oder? Siehst du die etwa nicht? Ja, sehe ich. Siehste. Gut. Jetzt kommen wir hier durch. Eine Bombe eingesammelt. Ja, Bombe ist nicht so wichtig. Ich helfe dir gleich mal. So. Jetzt ist Zeit für die erste Aufwarnpause, glaube ich. Ich baue mal das hier ab. Wir bauen hier so viel rum immer. Die Zeit geht so schnell. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Es ist so dunkel hier. Ich muss erstmal das Display ein bisschen herzustellen auch. Ich habe einen schon auf hell. Du hast einen schon auf hell? Das einzig Richtige ist das, glaube ich. Mhm. Hier, auf jeden Fall noch Mitring. Ich habe es gar nicht auf hell gestellt. So. Gut, dann machen wir erstmal ein Aufnahmepäuschen. Äh. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machs gut und tschüss. Till dann. Dann können wir gleich noch eins auf groominen peacemang festivalen. Jahre, bottom geht noch mal kurz. Bis zum nächsten Mal. Chunjiv, hole bitte bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und nicht. F pleasing zum nächsten Mal. Tschüss. Du kannst du, insat du Keinzattoo, tunzattoo Keinzattoo, inzattoo Keinzattoo, tunzattoo Take me too, okay Take me too, take me too Take me too, okay Take me... Take me too, take me... Untertitelung des ZDF, 2020